Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video von meiner Wenigkeit Mr. Benzpros. Wir schauen uns heute folgende Sache an, es gibt so viele verschiedene Motorölhersteller, so viele verschiedene Freigaben von den Herstellern für gewisse Motoröler, dass man den Überblick sehr leicht verlieren kann. Wie du den Überblick behalten kannst, werden wir heute auch für alle Mal. Liebe Community, bevor wir heute loslegen, kurze Werbung in eigener Sache. Wir wollen zukünftig euch als Community etwas zurückgeben und Gewinnspiele fahren lassen. Das geht allerdings nur, wenn ihr mit auf dem Potsatz und dieses Video teilt, kommentiert und liked bzw. den Kanal abonniert. Der Rest wird es in Zukunft füllen. Ich bedanke mich für Spaß mit dem Video. Als erstes stellen wir uns die Frage, was bedeutet 5W30, 5W40, 0W40, 10W40? Also kurzum, das Ganze ist natürlich sehr verirrend, weil es sehr viele Angaben gibt zu diesem Thema. Fakt ist aber, solche Angaben wie diese 5W30, 0W40, 10W60 und so weiter. Im Großen und Ganzen bedeutet das folgendes, die Zahl vor dem W bedeutet nichts anderes, wie weit oder wie tief ins Minus das Öl funktioniert. Beim 5W ist es zum Beispiel minus 30 Grad. Beim 0W ist es bis minus 35 Grad. Und das Ganze stapelt sich nach oben. Das W steht de facto nur für wintertauglich oder winterfest. Die Zahl nach dem W sagt aus, wie dick das Öl bei Betriebstemperatur ist. Das bedeutet im Endeffekt, je dünnflüssiger das Öl, desto schneller sind eventuell meine Teile versorgt, aber desto weniger gut sind sie versorgt. Je dicker das Öl, desto besser sind meine Bauteile versorgt und desto besser läuft das Ganze hinterher. Das Thema ist halt, wenn ich jetzt 15W40 nehme, dann wird es im Motor im Winter, auch im Sommer super funktionieren eventuell. Im Winter kriege ich eventuell Probleme. Jetzt ist es aber so, dass in unseren Breitengraden de facto eigentlich ideal für unsere Außennemperaturen die Öle 0W30, 0W40, 5W30 und 5W40 geeignet sind. Alle anderen Öle kann man natürlich auch verwenden. Es gibt sogar Motoren, da muss ich die Öle benutzen, weil sie einfach besser funktionieren, die Motoren. Da hat man Langzeiterfahrungen. Da gibt es ein gutes Beispiel beim Mazda MPS zum Beispiel, der mag am liebsten eine 10W60 oder 15W40. Das sind die Öle, die dieser Motor zum Beispiel gern mag. Bei den deutschen Hersteller jedoch, und auf den konzentrieren wir uns da ja de facto, ist es doch so, dass ich mit einem 0W40 oder 5W40 in der Regel am besten fahre. jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Hersteller, jeder sagt, dass sein Öl das beste ist. Ich habe da extra Öle genommen in alten Varianten, vom Originalöl bis zum Nachbauöl, günstig, qualitativ hochwertigeres Öl und der Mittelklasse. Im Endeffekt ist es aber so, dass de facto sehen wir in ganz vielen verschiedenen Varianten und Marken, die einfach alle sicher ihre Daseinsberechtigung haben. Am Ende ist es aber doch so, dass jeder, und das ist sehr viel Glaubensfrage, seine eigene Marke finden muss. Meines Erachtens nach ist zum Beispiel Motul, Ravenol, Mobil 1, das sind sehr, sehr gute Öle, und ich spreche da doch aus einem Forum, erstens fahre ich sehr viel, und in der letzten Firma, wo ich gearbeitet habe, da haben wir solche Sachen auch getestet, ja, da darf ich aber leider nicht mehr darauf eingehen. Fakt ist aber, dass diese Öle im Endeffekt sicher alle nicht schlecht sind, ja, ich will da auch gar kein schlechteren, solche Hersteller wie Castrol, die leben halt in meinen Augen sehr stark vom Namen, ja. Fakt ist aber, das muss jeder für sich selber wissen und entscheiden, ja. Am Ende vom Tag, wenn ich mir ein Öl kaufe, dann ist wichtig, eben die Viskositätsgasse, sprich, ich rate jedem zu einem bisschen dickeren Öl, 5W40 ist nie, nie falsch, sicher nicht, vor allem in unseren Breitengraden. Ja, und dann ist ganz wichtig, die Freigabe des Herstellers, ja, jetzt gibt es natürlich diese Originalöle, wenn wir da schauen, da steht ganz klar oben, 5W30, MB229.51, das gehört zum Beispiel in den OM651 ein, das gleiche habe ich aber auch mit dem Premiumhersteller von anderen Ölen, ja, also sprich, in dem Fall Modul, da sehen wir auch ganz klar, Mercedes-Benz, 2W309.51, sprich, das Öl ist für diesen Motor freigegeben, das heißt zum Beispiel für die Kettenspanner-Gleitschienen braucht es einen gewissen Bedarf an Teflon, dieses Teflon ist zum Beispiel drin, einen gewissen Anteil von sonstigen Mitteln, die einfach gegeben sein müssen und durch diese Freigabe ist es hundertprozentig sicher garantiert, dass diese Mittel mit drinnen sind in diesem Öl. Das Ganze ist natürlich hochinteressant, weil BMW zum Beispiel hat die Freigabe BMW LL04 ist im Prinzip auch ein ganz normales Öl und es gibt Öle, die passen in den einen wie in den anderen, das bedeutet aber nur, dass alle Stoffe, die BMW fordert, auch da drinnen sind, dasselbe mit Mercedes, dasselbe mit vielen anderen Herstellern, ja, und dem sollten wir uns folgen, ja, weil im Endeffekt, wenn diese Freigabe nicht drauf ist, würde der Motor wahrscheinlich auch funktionieren, die Frage ist aber immer, wie lange, ja, es geht ja in dem Motor um viel, viel mehr, es geht um Kompressionsdruck, es geht auch um Themen wie rückstandslos verbrennt das Öl oder was auch noch ganz wichtig ist, wie gut ist das Öl gegen Scherkräfte und und und, also beim Ölkauf hast du wirklich Augen auf, also in so einem Motoröl sind ungefähr 80% Basisöl. Zudem habe ich Disperanten und andere Gegenstände, die da drin sind, wie Teflon zum Beispiel, sind Teile drinnen, damit die Gleitschienen für Steuerketten, Spanner etc. gut funktionieren und die Weichmacher drin bleiben, Weichmacher sind zum Beispiel da drinnen und und und. Also, die Hersteller, wenn sie jemandem, also wenn sie angeben, das ist für diesen Motor und dann freigegeben, dann sind die geforderten Sachen, die alle im originalen Öl enthalten sind, auch in diesem Öl. Jetzt hat er aber natürlich andere Freigaben auch und jetzt sind natürlich andere Bestandteile auch noch in dem Öl drin, ja, eben entweder für BMW oder für Opel oder wie auch immer, ja, da hat ja jeder Hersteller seine eigenen Richtlinien und seine eigenen Vorgaben, die er gerne in dem Öl, oder die er fordert in dem Öl zu haben, damit er die Freigabe, und so sagen, sie sind auch nicht günstig, das ist eine Freigabe zu ergattern von einem Hersteller, die kostet dem Ölhersteller sehr, sehr viel Geld. Also im Endeffekt garantiert dir dieser Aufdruck, dass alles erforderliche für deinen Motor drinnen ist. Da solltest du dich vorher schlau machen, welche, welche Freigaben du für deinen Motor brauchst, ja, da gibt es so viele verschiedene, da gibt es zum Beispiel das VW, VW Hotel 500 700, BMW Hotel L04, Mercedes hat 229.5, 229.31, 229.51, 229.51, 229.52, das sind ganz, ganz viele verschiedene und nicht jedes Öl ist für jeden Motor bei Mercedes geeignet, also du kriegst bei Mercedes Original Öle, die für deinen Motor gar nicht geeignet sind, das sind dann eher für die Benzinmotoren oder für ältere Motoren, für innere Motoren, jeder Motor hat halt seine eigenen Ansprüche, ja, und man muss hier eines ganz klar sagen, wenn wir unser Öl kaufen, da kann das sogar, ich sage jetzt einmal ein No Name Hersteller sein, diese Freigaben, die sind die wichtigsten. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr kauft so billiges Öl wie zum Beispiel Manuel, das ist sicher kein schlechtes Öl, ja, aber wichtig ist, dass die Freigaben nicht, dass die Freigaben definitiv drauf sind. Wenn diese Freigaben nicht auf dem Öl drauf sind, dann rate ich euch dringend ab, dieses Öl reinzukippen in euer Auto. Deshalb ist es ganz wichtig, beim Thema Ölwechsel, ihr solltet immer, kauft euch 1,5 Liter mehr und kaltet euch das im Auto, als ihr hofft es hinterher zu wenig und müsst dann irgendetwas Öl dazu einmischen. Meines Erachtens nach ist es wurscht, ob es auch die gleiche Viskositätsklasse hat, dass man sollte Öle nicht unbedingt mischen, ja. Wenn ich jetzt ein Motol einkipp, dann werde ich das nicht mit dem anderen Öl mischen, weil, es könnte folgendes passieren, jetzt habe ich zwei Öle, da sind ja verschiedene Bestandteile da drinnen und im Endeffekt könnte es sein, dass ich zwei Bestandteile nicht wirklich mähe, und dann für Oxidation sorgen, oder für Rost, oder wer immer, das ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer, wenn man mitkommt, ja. Und sowieso, um das Thema auch mal ganz genau anzusprechen, Ölwechsel alle maximal 15.000 Kilometer. Also wenn ihr euren Motor wirklich mögt, dann solltet ihr alle 15.000 Kilometer euer Öl spätestens rausschmeißen, wenn ich viel Kurzstrecken fahre, sogar alle Jahre, wenn ich im Jahr nur 3.000-4.000 vor Haus aus sind, das sind 100€ große Teuf der Ölwechsel. Wenn es nicht zwei linke Hände habt, dann können sie das zu 9 an 1,9 % höher machen, das geht übrigens an die Damen, weil sehr oft sagen die Damen, nein ich kann das nicht. Wenn ich einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen kann, oder was ratschen ist, dann kriege ich das in der Regel auch hin, das ist nämlich wirklich nicht schwer. Wenn es wirklich nicht kennt, oder auch die Möglichkeiten nicht habt, dann können sie sicher irgendeine Werkstatt und die Ecken bei euch, da könnt ihr ja auch dabei sein, der soll den Ölwechsel durchführen und die Geschichte ist erledigt. Das kostet euch in der Regel, ja ich sage einmal zwischen 50 und 100€ plus eure Sachen wie ein Ölfilter oder das Öl, aber Fakt ist, bitte nicht mehr als 15.000 Kilometer, das hat damit zu tun, dass das Öl einen gewissen Spritanteil aufnimmt, beziehungsweise Wasser durch das Kalt-Warm, das Kondenswasser, sie mischt mit, also Öl lässt sich mit Wassersocks nicht mischen, aber es wird einfach verwässert, ja. Das ist das Thema, warum man das Öl auch immer regelmäßig braucht tauschen sollte. Jetzt gibt es aber auch Hersteller, die sagen Einhard, ja Long Life Service 30.000 Kilometer. Das ist in meinen Augen eine sehr starke Bauanfängerei, ja. Das haben sie irgendwann einmal angefangen, heute gehen sie nicht mehr wirklich zurück und jetzt machen sie das halt so, ja. Fakt ist aber, dass der Motor verkostet das sicher 200.000 Kilometer lang auch so. Aber wenn ich meinen Motor wirklich holen will, für längere Zeit, dann ist es unausweichlich, alle 10.000, 15.000 das Öl auszuschmeißen. Wenn das Auto hin und wieder einmal Prübel bezieht, sage ich einmal, weil ich über die Autopahne nochmal brettert es mit 250.000, was ja in Deutschland jeder schon mal gemacht hat eigentlich. Und ihr tut das wirklich über längere Tagen, dann haut es das Öl noch spätestens 10.000 auflassen. Aber mehr als 15.000, das rate ich wirklich niemandem zu fahren. Es wurscht, ob das ein neuer Motor ist oder ein uralter Motor ist. Früher einmal waren die Serviceintervalle sowieso immer vor dem Winter, vor dem Sommer, weil es gab keine Öle, also keine Mehrbereichsöle, die das geschafft haben, ja. Heute schaffen das die Öle, aber trotzdem sollte man nicht länger als ein Jahr lang damit fahren, beziehungsweise eben maximal 15.000 Kilometer. Das heißt, wenn ich 30.000 Kilometer im Jahr fahre, dann mache ich halt zweimal den Service ein bisschen. Ist ja völlig egal. Wenn ich weniger fahre, sollte ich spätestens noch ein Jahr machen. Wenn ihr das so macht, dann wird euer Motor euch das lange lange Zeit tanken und immer funktionieren. Der nächste Punkt, den wir definitiv ansprechen müssen in dem Video ist, es wird oft versprochen, mit diversen Reinigern, mit diversen Zusätzen, jetzt läuft der Motor zehnmal so lang. Ich habe da schon alles gelesen. Da gibt es von Nano-Geschichten bis hin zu Reinigern etc., ja. Und ich muss ehrlich sagen, bis vor nicht allzu langer Zeit war ich dem gegenüber sehr, sehr skeptisch, weil ich immer die Meinung gehabt habe, Chemie ist für einen Motor nie gut. Jetzt gibt es aber in der Praxis doch Beispiele, wo Chemie wirklich etwas bewirken kann. Vor allem beim Diesel ist das oft der Fall, durch das AGR zum Beispiel. Durch das AGR verschmutzen wir den Motor natürlich enorm, ja. Das AGR bedeutet, dass das Aufgas zurück in den Motor reingeführt wird, um die Nox-Werte per Faktor zu senken. Ich halte von dem Ganzen sowieso nichts, weil ja die Nox-Werte werden gesenkt, aber das ist so marginal, dass das eigentlich nur eine Zerstörung ist vom Motor, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ist es aber so, dass es einfach die EU vorschreibt und die Hersteller müssen sich natürlich daran richten. Also die Europäische, also das ist eigentlich eine weltweite Geschichte. Das ist nicht nur bei uns so, da haben sie sich eigentlich weltweit darauf geeinigt, dass das die Vorgaben sind, ja. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich de facto eben solche Sachen wie AGR haben. Dieses AGR führt das Abgas zurück in den Motor und verunreinigt uns den Motor. Jetzt gibt es zum Beispiel solche Reiniger, wie von Liquid Molly diese Motorölspülung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin davon absolut begeistert. De facto ist es nämlich so, dass ich diesen Motorölreiniger klein gekippt habe in meinen Mercedes. Einfach nur, um einmal zu schauen, wie gut sind diese Sachen. Ich bin de facto davon begeistert. Warum sage ich das? Wer sich schon einmal damit auseinander gesetzt hat, bei einem Diesel einen Ölwechsel zu machen, der ist hier schon einmal drauf gekommen, du haust das Öl raus, wirst den Filter aussehen, lässt es ein bisschen ausbluten, sprich den Motor also offener, also die Ablassschraube offen lassen und du lässt ihn über die Mittagspause zum Beispiel stehen. Dann bringt so gut wie alles ein Öl raus. Fakt ist aber, und das ist hochinteressant, solche Sachen wie dieses Liquid Molly, das hat tatsächlich das zusammengebracht, dass das Öl nach dem Ölwechsel nicht gleich wieder schwarz war. Ich war im Nachhinein eigentlich sehr skeptisch, weil dieser Motorölreiniger, also dieser Motorreiniger ist de facto nichts anderes wie Chemie, der den Motor reinigt und diesen Schmutz bindet und mit herausspült. Wie gesagt, ich war sehr sehr skeptisch. Dann habe ich das de facto probiert und ich war begeistert, weil ich habe den Ölwechsel gemacht, gleich nach dem Prüfen direkt hinterher, ob der Motorölstand passt, habe ich den Ölbeierstab rausgezogen und habe geschaut, ok, die Ölmenge passt und das Öl war sauber, obwohl der Motor schon 2-3 Minuten gelaufen ist. Für mich war das, ok, interessant. Ich bin dann de facto 2000 Kilometer gefahren, 2000 Kilometer, habe mir das noch einmal angeschaut und das Öl hat erst dann wieder angefangen leicht verschmutzt zu sein. Also man merkt schon, dass so ein Reiniger im Motor wirklich etwas mehr wirkt. Und wo ich auch sagen muss, was mir auch definitiv gesagt hat, dass die Hersteller sich auch etwas dabei denken, das reicht wirklich nur für eine Geldmacherei. Aber da gibt es dieses Nanobohr etc. Also ich muss sagen, der Motor läuft so schön wie schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Jetzt habe ich leider Gottes aber trotzdem auch einen Fehler gemacht. Ich hätte das getrennt voneinander testen müssen. Ich habe nämlich den Reiniger eingehaut und habe hinterher dieses Nanobohr eingehaut. Ich muss echt sagen, der Motor läuft wirklich seidenweich und schön. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es durch die Reinigung alleine ist oder ob es auch das Nanobohr bewirkt hat. Ich muss aber sagen, wenn ich mir das anschaue, wie der Verschleiß von meinem Motor ist etc., dann ist das Nanobohr sicher etwas, das man auch in den Motor reinkippen kann. Und ich möchte auch gleich sagen, ich bekomme da kein Geld von niemandem, also von keinem Hersteller oder sonst irgendwas für diese Währung. Das ist wirklich nur meine persönliche Meinung und wirklich nur das, was ich selber aus Erfahrungswerten rausziehe und gelernt habe. Beziehungsweise durch meinen ehemaligen Job auch selbst getestet habe. Ein ganz interessantes Thema ist zum Beispiel auch noch, warum sind oft Motoren, die wirklich jahrelang, also Vertreterautos zum Beispiel, ich glaube die Fresse kriegen de facto, warum sind die oft besser als Motoren, die wirklich immer nur geschmeidig und ruhig gefahren werden. Das Thema ist halt gerade AGR. Wenn so ein Auto einmal wirklich Feuer kriegt, hat das ja auch einen Nebeneffekt. Der Öldruck im Motor ist sehr hoch, das wird natürlich stark durchgespielt, viel gefüttert und gleichzeitig wird der Schmutz mitgerissen bei dem hohen Druck, Kompressionsdruck etc. Deshalb ist es wirklich oft so, dass ein Motor auch einmal hin und wieder echt Prügel beziehen muss, wenn er gesund sein soll, ja. Viele Leute glauben immer, ok wenn ich 120, 150 maximal auf der Autobahn fahre, dann haltet mein Motor ewig. Das war früher so, als es noch kein AGR und so gegeben hat, da hat man so einen Motor natürlich geschont, ja. Heute ist das ein bisschen anders. Die Motoren und die Materialien sind so gut aufeinander angeschnitten, dass de facto ein Motor da nicht mehr wirklich was passieren kann. Früher waren das einfach nur Gussblöcke, die einfach unkaputtbar waren und sind dementsprechend lang gelaufen. Heute ist es aber so, dass das alles schon durchdacht und geprüft ist und man wirklich Erfahrungswerte hat, ja. Also das heißt, diese Motoren, die sind ausgereift. Ausgereifte Motoren sieht man dann, wenn man es richtig bedient, dass sie lang halten. So jetzt zum Beispiel bei meinem Mercedes, der hat de facto 150.000 Kilometer am Buckel. Das Auto macht keine Zicken, es funktioniert. Der Motor rennt wirklich so schön, wie nur nie zuvor, wenn es nie funktioniert. mit null Kilometer kam es kaum. Also es ist schon interessant, was in so einem Motor passiert, wenn man sich damit auseinandersetzt, ja. Im Endeffekt ist es aber so, dass für deinen Motor eben drei Dinge elementar sind, ja. Erstens ist es der beständige Ölwechsel. Ölwechsel alle 15.000 Kilometer. Spätestens. Oder ein Jahr. Das zweite, was elementar ist, ist der Öldruck. Da haben wir leider Gottes in den letzten Jahren immer mehr gesehen, dass Hersteller auf sehr, wie sage ich das am besten, ohne dass ich da jetzt eine Klage kriegen kann, konsequent gespart hat, sagen wir es so. Und hat sehr konsequent gespart und hat dann natürlich durch den niedrigeren Öldruck Spritsporen versucht etc. Das halte ich leider Gottes immer noch für den größten Blödsinn. Mittlerweile sind die Hersteller selbst eh schon wieder drauf gekommen, dass das nicht so gut ist. Aber es gibt da zum Beispiel Motoren bei VW ganz stark, der eh auch 888 ist das. Bär ist zum Beispiel eine echte Zicke mit dem Öldruck, ja. Weil da ist es leider Gottes so, dass der Öldruck im Standgas zu niedrig ist, ja. Und wenn der Öldruck einmal unter, ich sage einmal 0,9 bis 1 Bar fällt, dann wird es für den Motor kritisch. Weil man muss verstehen, das Öl geht ja durch zum Beispiel die Kurbelwelle und wird dann an die Kurbel, an die Bläulager unten wird das Öl gefördert. Und jetzt druckt das Öl durch die Welle durch und muss natürlich bis ganz nach hinten kommen, ohne dass der Öldruck zusammenfällt. Weil die Kraft, also die Schleuderkraft, die nach außen wird, die ist ja natürlich auch gegeben. Das heißt im Endeffekt kann da passieren mit zu geringem Öldruck, dass das Öl nicht mehr zum letzten Zylinder ankommt, ja. Der Motor von heute braucht einfach drei Dinge elementar, ja. Das erste ist immer gutes Öl. Das zweite ist, ein Motor möchte gefahren werden, ja. Also es bringt euch nichts. Heute mit den Motoren zum Beispiel, Mercedes ist ein Paradebeispiel, da sind leider Gottes Motoren dabei mit 9-Gang-Getriebe, die kommen gar nie über 2000 Umdrehungen, die Minuten. Das ist für einen Motor auf Dauer nicht gut, auch wenn er dadurch sehr wenig verbraucht. Im Endeffekt ist es für einen Motor auf lange Sicht sicher der sichere Tod, ja. Ein Motor braucht hin und wieder hohe Kompressionsdrücke, er braucht einen höheren Öldruck, und, und, und. Das braucht er hin und wieder, um gesund zu funktionieren und sich selbst zu reinigen, ja. So sind zum Beispiel die A-Streifringe. Erst durch den Kompressionsdruck gehen die wirklich so auf, wie soll, und so wie es sein soll. Auch die Materialien brauchen eine gewisse Temperatur, ja. Also, im Endeffekt ist es einfach so, wenn wir unseren Motor brav, kalt und warm fahren, wenn wir den Motor genügend Öldruck geben und immer frische Schmierstoffe geben, dann wird unser Motor für sehr, sehr lange Zeit funktionieren, ja. Im Endeffekt muss man einfach sagen, wenn man sein Auto gern hat, dann prüft man diese Dinge, ja. Jetzt, bei den heutigen Motoren ist es natürlich auch noch einmal ein bisschen anders. Weil früher einmal gab es diese Vorkammer-Diesel zum Beispiel. Da hast du eigentlich nie Probleme gehabt, wenn du deinen Ölwechsel brav gemacht hast. Heute ist es anders, heute wird direkt einspritzt. Beim Diesel gar nicht so tragisch wie beim Benziner. Beim Benziner die direkte Einspritzung, wenn da was daneben geht, dann spüle ich mir de facto mein Öl von der Zylinderwände und habe einen kapitalen Motor schon, ja. Also, es ist einfach entscheidend, dass wir wirklich, schaut euch das hin und wieder an und lasst euren Öldruck prüfen. Einer Mechaniker hat sicher das richtige Werkzeug dafür. Schaut euch den Öldruck an, wie hoch der ist. Wenn der passt, dann kann es unbesorgt weiterkommen. Das kostet in der Regel auch nicht die Welt. Und ihr werdet, wenn ein Problem da ist, früh genug drauf kommen und wenn es keine Probleme hat, dann kann es einfach Sorgenfrei weiterkommen, ja. Ich rate jeden, schaut euch das nach 100, 150.000 Kilometer mal an, wie gut ist mein Öldruck noch. Und, was noch sehr wichtig ist, aber das haben leider nicht alle Autos, ist natürlich die Öltemperatur. Die Öltemperatur sollte sich in einem Fenster zwischen, ich sage mal 80, 75 geht vielleicht auch noch. Im Winter bei minus 10 Grad. Da gibt es Autos, die laufen dann bei 75, 78 Grad. Das geht gerade noch. Aber im Idealfall sollte sie sein zwischen 80 und maximal 110 Grad. Wenn sie das Öl dort bewegt, dann ist euer Motor in der Regel gesund und läuft gut, ja. Jetzt ist es aber so, dass wir hin und wieder leider Gottes auch auf Probleme stoßen, wie zum Beispiel zu niedriger Öldruck. A2W ist da leider Gottes, die machen da wirklich extremen Sprachkurse, ja. Jetzt ist es leider Gottes so, die haben tatsächlich Motoren gebaut, die gut sind und haben aber so eine schlechte Ölversorgung, dass in der Kurbelwelle zum hintersten Zylinder oft kein Öl mehr ankommt, ja. Weil man muss ja verstehen, durch die Fliehkraft entsteht, wenn sich die Welle dreht und der pumpt vorne in die Welle das Öl rein. Durch die Fliehkraft wird er nach außen drehen, zu den jeweiligen Bleuellagern, ja. Und der hinterste, der kriegt dann das, oder kaum bis gar kein Öl mehr ab, ne. Und dann passiert natürlich genau das, was wir vermeiden wollen, am Motor schon. Natürlich kann ich vorsorgen, wenn ich ein bisschen dickeres Öl habe, weil der Öldruck damit steigt, ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man sagen muss, nur dickeres Öl bringt auch nichts. Also wenn ich jetzt 10W60 eintu in den Motor oder 10W40, dann wird der Motor genauso leiden, ne. Also es muss schon passen. Ich rate jedem bei unserer Breitkrane zu einem ganz normalen und schlichten 5W40. 10W40, das passt wirklich für 80, 90% der Motoren. Und ganz seltene Motoren, oder ganz wenige Motoren, eben wie zum Beispiel in dem Mazda MPS, die brauchen tatsächlich dickeres Öl. Da ist anscheinend so ein hohes Spiel bei den Bleuellagern und so, dass der einfach ein bisschen dickeres Öl braucht. Moderne Motoren zum Beispiel haben in der Regel auch ein Gleitlager beim Turbolader, ja. Der Turbolader ist auch wieder so eine Sache, weil du hast beim Turbolader die Welle. Also die Welle läuft im Prinzip durch ein Lager und in dem Lager sind lauter Bohrungen. Da kommt das Öl in den Turbolader, also wird in den Turbolader reingedruckt und durch den Öldruck wird diese Welle dann, dann flattert die nicht im Lager herum, sondern ist wirklich schön zentriert und der Turbolader funktioniert. Wenn der Öldruck zu niedrig ist, leidet natürlich auch der Turbolader. Und das ist halt bei den modernen Motoren ist der Öldruck ganz entscheidend. Vor allem, weil man in den letzten Jahren oft gespart hat und keine Öldruckanzeigen mehr einbaut, beziehungsweise auch dem Motor nur den gedachten Öldruck gibt, ja. Also der Motor errechnet sich den Öldruck. Früher mal hat man viele Sensoren gehabt und der Motor hat gesagt, ich habe diesen Öldruck jetzt auch und ich kann funktionieren. Heute ist das nunmehr errechnet bei vielen Motoren, weil man sich die Sensoren gespart. Im Endeffekt kann man die Hersteller eben verstehen, weil wenn ich eine Million Autos verkaufe und das Dali kostet 5 Euro, dann habe ich mir 5 Millionen Euro gespart. Leider Gottes ist es halt so, dass die ganzen Hersteller die letzten Jahre immer weiter Sporflamme gefahren sind und so Mangelschmierung im Motor ein sehr häufiger Todesgrund für Motoren ist, ja. Im Endeffekt muss man da jetzt einfach folgendes Fazit einfach treffen. Das Fazit lautet Motorölwechsel regelmäßig brav darauf achten, da sollen Flüssigkeitsstände passen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel Motoröl habe, wird das für den Motor auch der Tod sein, weil früher oder später saugt die Pumpe dann Luft an. Das heißt der Ölstand meines Erachtens nach sollte immer auf ungefähr 3 Viertel voll sein, ja. Am besten ist wenn der Motor warm wagt und seit 10-15 Minuten steht, dann sollte das Öl zu 95% unten sein und dann kann man den Ölstand prüfen, ja. Und wenn ich diese elementaren Dinge eben beachte, wie regelmäßige Wartung bzw. regelmäßiger Ölwechsel. Beim Ölwechsel kann man sich zum Beispiel auch den Ölfilter ganz gut anschauen. Der Ölfilter verratet uns sehr sehr viel über den Motor. Jeder gute Mechaniker wird den Ölfilter sich durchschauen. Gibt es Reste von Metallabrieb etc. Wenn ja, kann man meistens den Schaden schon ungefähr eingrenzen, was besteht oder entsteht oder reale am entstehen ist. Und im Endeffekt muss man einfach folgendes sagen. Wenn ihr euer Auto gern habt und dieses Auto lange Zeit fahren wollt, dann beachtet bitte folgende Dinge. Erstens, ganz wichtig, regelmäßige Wartung, sprich alle 15.000 Kilometer oder ein Jahr. Und das würde ich als wirkliches Maximum sehen, ja. Lieber früher als zu spät. Zweitens, ganz wichtig ist, dass wir immer die Menge an Öl in unserem Motor überprüfen, ja. Das heißt, wir ziehen unseren, also wir fahren den Motor ab, stellen ihn ab, lassen ihn ungefähr 10-15 Minuten stehen, ziehen dann den Ölbeilstab heraus, wischen ihn einmal ab, stecken ihn nochmal ein, ziehen ihn nochmal raus, wischen ihn hinterher natürlich nicht gleich ab, schauen wie hoch der Ölstand ist. Er sollte bei ungefähr drei Viertel das Maximum stehen und dann seid ihr in der Regel sicher unterwegs. Drittens, wir sollten regelmäßig auch den Öldruck überprüfen lassen, ja. Das heißt, fragt euch einen Mechaniker, ob er den Öldruck einmal checken kann, ob wohl keine Mangelgeschmierung besteht. In der Regel hat er ein Werkzeug oder einen Manometer dafür, das ist in der Regel innerhalb von einer Stunde ist es erledigt und ihr seid es gewiss, dass euer Motor richtig funktioniert. Weil ein zu niedriger Öldruck, den kann man wirklich, je nachdem wo man fährt, wie man fährt, lange lange Zeit mit sein. Das kann wirklich sein, dass man fünf Jahre lang, wenn man nicht unbedingt so viel fährt oder überwiegend auf der Autobahn fährt, dass man die Mangelgeschmierung gar nicht mitkriegt, ja. Das heißt, prüft das, weil wenn ihr dann im Stand läuft, dann könnt ihr euch sicher sein, dass eine Mangelgeschmierung besteht und auf Dauer das dem Motor schaden wird. Viertens, das richtige Öl für meinen Motor finden und eben regelmäßig tauschen. Erkundigt euch bei euren Händlern des Vertrauens oder wer immer, welches Motoröl für euren Motor geeignet ist, dann wird er euch sagen, wie bei Mercedes zum Beispiel, eben diese MP2 29.51 ist für deinen Motor zum Beispiel das Beste. Bei VW ist es 5700, bei BMW LL 04, bei Opel ist es zum Beispiel Texas 2, bei Porsche A40 und so weiter und so fort, ja. Also es gibt da verschiedenste Herstellerfreigaben vom Öl und die sollten auch unbedingt auf dem Öl draufstehen, was ihr in den Motor einfüllt. Tut ihr das nicht und kauft wirklich nur anhand von 5 B40 das Öl, dann kann euch garantieren, wird euer Motor über kurz oder lang in Mitleidenschaft gezogen werden. So, kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Verwendet durchaus hin und wieder solche Motorölspülungen. Da gibt es wirklich von verschiedenen Herstellern, ich persönlich habe den Limpid Molle getestet, ich bin absolut davon überzeugt. Natürlich braucht man das nicht jeden Ölwechsel, aber wenn man das alle 50.000 einmal in den Motor eingekippt oder von mir aus jeden fünften oder sechsten Ölwechsel, dann ist man in der Regel sicherlich sehr gesund und gut unterwegs. Der Motor wird einem das hinterher sichertankt und das kann ich euch garantieren. Im Endeffekt ist es nun mal so, dass ein Motor, das ist das Elementarste für einen Motor, ja. Motoröl, Flüssigkeiten, das braucht euer Motor um gut zu funktionieren. Er braucht gutes Öl, er braucht guten Sprit, er braucht eine gute Kühlung, er muss das richtige Temperaturfenster erreichen. Das sind einfach die idealsten Bedingungen für einen Motor. Und um diese Bedingungen herzustellen, ist es einfach wichtig, die richtigen Schmierstoffe oder eben auch Reiniger zu verwenden und im Endeffekt wird einem der Motor das lange lange Zeit tanken. Damit bin ich jetzt nun auch am Ende. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und es war informationsreich für euch. Im Endeffekt kann ich euch noch bitten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da. Gerne, ganz ganz gerne auch ein Abo. Wir werden in Zukunft mehr für die Community tun, vorausgesetzt die Community wird groß genug. Und ich bin damit jetzt auch am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.